es ist schon wieder eine wasserroute 227 ist oben dann kümmern wir uns erst mal um 227 und es scheint wieder eine nebel das ist ein asche das ist sicher asche und eine fahrradroute ist halt auch noch das ist ja das spaßigste was es gibt es gibt so unspaßige dinge und fahrradrouten sind wirklich unspaßig also wirklich fahrradrouten echt langweilig ich habe den drang mit dir zu kämpfen hoffentlich entsprichst du dem drang ich habe keinen bock gegen dich zu kämpfen wirklich nicht volker ist fast wieder arena leiter hallo taurus mit einem geil mit einem geilen pokéball der effekte macht haus ist stark ich unterschätze taus mal 61 ich glaube hier bin ich definitiv falsch oh je oh je trifft bitte wieso wieso habe ich eigentlich immer so ein pech bei sowas wie kann das sein bei 61 krass ich hoffe mal das geht nicht ich dachte nicht dass schon in 60er bereich geht aber anscheinend schon und das ist wieder übertrieben krank aber es ist verwirrt immerhin da kampf ja ich habe angst ein 61 krank wir sind ja wirklich doch nicht noch lange nicht beim 60er bereich ja wir haben sind ja auf level 62 besiegt aber sind ja sind ja und ich 20.000 trainer ich hätte meinen drang lieber nicht nachgeben sollen okay aber es war nur ein pokémon das heißt wenn es mehrere sind sind sie alle auf 58 okay ich weiß jetzt weil ich was ich jetzt hier um großartig machen soll aber es wird schon klappen wir sind fast beim berg fast beim berg wir sind in der natur und im asphalt dschungel zusammen stärker jeder ort an den wir kommen wird zu unserem trainingsgelände okay wenn du das so sagst ich bin ranger viola raviola gibt es heute zum frühstück immerhin ein hubel luft da kann ich eiszahl verwenden und es wird wahrscheinlich sterben natürlich darf ich dich zu sehr auf blizzard immer hoffen blizzard trifft halt nicht sehr gern und seit pokémon schwert weiß ich dass ich bei einer 50 50 schox auch die treffe schlapp oder ja gut da kann ich wieder panferno reinnehmen weil er macht einfach nahe kampf und dann ist schlapp oder schlapp oder schlapp lacht na kam ja aber ich habe trotzdem sehr große angst wenn die schon alle auf 59 sind Ja, da krieg ich schon Angst. Aber eigentlich sind wir besser. Also wir haben die EV-Punkte, die anderen haben sie anscheinend nicht. Was irgendwie seltsam ist, dass sie die nicht haben. Wenn ich jedes Pokémon kannst du einfach so fangen. Du bist wirklich stark. Bitteschön, bitteschön. Oh, Marinos. Ich hoffe, er will nicht kämpfen. Dann mach ich mal Reset nach vorne. Oh, wenn das nicht der Chef ist. Lang nicht gesehen. Du bist so stark geworden, dass du nun sogar hier draußen trainieren gehst. Jeder wird stärker und stärker. Und dadurch wird das Band zu dem Pokémon ebenfalls stärker. Äh, Meister, das ist mein Meister. Das sind Worte der Weisheit. Wie verstehst du es denn immer noch nicht? Nicht eine Sekunde lang Hab ich gedacht, dich als meinen Schüler zu nehmen. Ich meine, wenn es um Attacken geht, bin ich vielleicht ein guter Lehrer. Aber, 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 oh Meister, nein, nicht so, bitte nicht so. Ihr müsst mich in den Club einführen. Wie bin ich nur in diese Situation geraten? Wie auch immer, Schöpfe, gehst du zum Karlberg. Selbst die wilden Pokémon dort sind sehr, sehr stark. Sind deine Pokémon nicht gut trainiert, werden sie es dort sehr schwer haben. Aber genau diese Herausforderung macht das Ganze auch wieder sehr interessant. Auf alle Fälle solltest du sehr vorbereitet sein. Ich muss mich nur noch auf ein weiteres Turnier vorbereiten. Lebt wohl! Oh, ich hoffe bitte nicht so stark. Weißt du, ich glaube, ich bin schon ein bisschen stärker geworden. Darum bin ich auf dem Weg in die Kampfzone, um mich neuen Herausforderungen zu stellen. Meister, wartet auf mich! Oh Gott. Also, Yakumo, weiblich verstirb mich da schon ein bisschen sehr. Oh, meine Güte, sind deine Pokémon nicht erschöpft? Wenn du magst, ruhe dich doch aus. Oh, danke. Ich liebe diese alte Frau. Junge Frau. Junge Frau. Ja, holen wir uns 10.000 Mal aus. Das ist sehr gut. Nee, ist gut. Guten Abend. Es ist Zeit für etwas Neues. Heute stehen uns Schöpfe, Rede und Antwort. Schöpfe, wenn du deine Mutter mit einem Pokémon vergleichen müsstest, welches Pokémon wäre sie wohl? Äh, 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 also. Pipi. Äh, äh, bist du dieser Schägel? Okay. Der Karlberg. Ui, ich habe Angst. Die Rote geht zwar noch ein bisschen? Oh, du bist der Typ? Hey, wenn das nicht Schäfel ist. Fleißig am Trainieren, was? Ähm, da du gerade trainierst, kannst du mir, kannst du, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Ich möchte, dass du am Karlberg für mich nach dem Rechten siehst. Klar. Etwas weiter von hier befindet sich ein Vulkan. Der Karlberg. Der ist richtig kahl. Tief in seinem Inneren kann man einen besonderen Stein finden. Den Magmastein. Ich bin nicht gut am erklären, aber er ist wirklich sehr wichtig. Er sorgt dafür, dass ein bestimmtes Pokémon noch weiterhin schläft. Doch in letzter Zeit kursieren Gerüchte, dass Vandalen den Karlberg unsicher machen. Man erzählt sich, dass ein paar Rüpel in Weltraumanzügen dort Probleme verursachen. Wie, was ich? Ich war auf dem Weg zum Pokémon Center, da meine Pokémon kaum noch KP besitzen. Wenn du als zum Karlberg gehen könntest, wäre das einfach großartig. Danke. Okay, also Team Galaktik ist hier. Ja, soweit komme ich doch eh nicht. Oh, ja, weiß nicht, ob ich noch so lange aufnehme. Der Karlberg, ja, ist glaube ich ein großes Gebiet. Also, ist ein großer Berg. Und gegen diese Trainerin würde ich auch gerne antreten noch. Wie gegen alle Trainer, damit ich gewappnet bin. Hi. Die Welt ist riesig und es gibt so viele verschiedene Pokémon. Welche Pokémon hast du bei dir? Lass sie mich bitte sehen. Ich gebe mein Bestes. Kala. Vipitis. Ein Gift-Pokémon. Das fängt ja schon mal gut an. Das ist jetzt einfach Donner ein. Das reicht schon. Vipitis ist so groß. Ist Vipitis immer schon so riesig gewesen? Das sieht wirklich riesig aus. Natürlich hat er es mit einem KP überlebt. Okay, es sind drei KP, aber trotzdem. Ja, also Reset ist sowieso mein stärkstes Pokémon, das ist klar. Absurd ist das nächste. Dann gehe ich auf Panferno, setze wie immer meine geile Attacke Nahkampf ein. Das müsste eigentlich ausreichen. Zumindest Panferno ist auch relativ nah am dem Level dran. Also, wenn sie alle nur Level 60 sind, habe ich kein Problem. Es wird so ein bisschen ätzend mit heilen immer, aber... Vor allem, warum sind diese Team Galaktik-Mitglieder denn so stark? Warum? Als ob die nicht damals Cyrus hätten helfen können. Wenn sie so stark gewesen sind. Aber wer weiß? Ich verstehe das ja eh nicht. Also, ich verstehe die bösen Teams in Pokémon-Spielen nie. Sind alle sehr seltsam. Obwohl die Trainerin wieder sehr schwaches B56. Es gibt alles tatsächlich so wundervolle Pokémon. Anscheinend. Und wir haben Zink gefunden. Ah, okay. Das ist mir wieder hier. So, ich muss noch wieder Schutz aktivieren. Top-Genesung. Ein Sternstück. Cool. Also, wie damals beim Kraterberg. Und einige Millionen Wege. Wie ich es liebe. Äh, dann... Staraptor nach vorne, würde ich sagen. Ich habe unter einem Wasserfall meditiert, um meinen Geist zu beruhigen. Erlaube mir, meine neue gewonnene Stärke zu demonstrieren. Kannst du gerne machen. Ich bin dabei. Ja, ich bin Fridolin. Hi, Fridolin. Ein Kappels. Okay, habe ich nicht damit gerechnet, aber das ist kein Problem. Wir werden ja sagen Sturzflug und rein los. Bei Sturzflug müsst ihr eigentlich all deine Pokémon One Hitten. Gut, es ist 58, aber es müsste trotzdem all deine Pokémon One Hitten. Mit Volltreffer zumindest. Definitiv. Aber eigentlich meint ich ohne Volltreffer, aber ist egal. Meditales. Ja, das muss definitiv klappen. Sturzflug. Scanner. Ich hasse diese Attacken. Vor allem, es gibt halt mehrere davon. Warum hat man nicht nur Schutzschild erfunden? Warum muss es auch noch Scanner geben? Das habe ich nie verstanden, warum es so viele gibt. Ach, ja. Es tut mir leid für dich. Okay, wir sind beim Kalberg angekommen. Und er ist sehr kompliziert aufgebaut. Ich liebe komplizierte Orte. Mal gucken, ob ich den noch schaffe. Eigentlich hätte ich den gerne noch als Ziel für heute. Oh. Da ist der. Der Kaiberg. Jetzt müssen wir nur noch da hinein. Abmarsch. Ja, Team Galactik. Ja, aber ob dieser alte Typ es echt drauf hat? Ob er meister Cyrus ersetzen kann? Gute Frage. Dieser älteste Sharon mag Commander sein, aber Cyrus ersetzt er nicht. Das ist vielleicht die Chance, mit dieser Team Galactik Sache aufzuhören. Dann hört auf und hört auf reinzugehen. Also die Sharon Story geht hier weiter. Okay, wusste ich gar nicht. Vielleicht kannte ich das einfach nicht, weil ich Diamant und Peria nur gespielt habe. Da gab es ja Sharon nicht. Und ich nehme an, Sharon, die Sharon Story gibst du hier? Keine Ahnung, wen ich jetzt da reinnehme. Ich mache jetzt einfach mal Knackhack nach vorne. Das wird schon richtig sein. Für mein Pokémon und mich zählt nur der Sieg. Oh, es ist Drachen-Profi. Das ist gar nicht so falsch gewesen, Knackhack nach vorne zu machen. Es wird das Drago-Ran nicht umbringen. Unwahrscheinlich, aber... Knackhack hat Chancen. Das ist gut. Diese langsame KP-Anzeige. Es lässt mich immer so fühlen, als würde es... Autsch. Komm, Knackhack. Drago-Ran kann überleben. Dann kannst du auch überleben. Ja, ja, ich fühle das. Ja, finde ich genauso Knackhack. Genau. Du wolltest Tödy eine Chance geben zum Leveln. Eiszahn. Na, ist gut. Finde ich gut. Nein, mein Pokémon. Ich hoffe, da unten ist kein Trainer mehr. Scheint alles für ein Item zu sein. Ich liebe es, wie wir auf einem toten Knackhack nach oben und unten reiten. Das ist superschön. Und absolut nicht verstörend. Achso, ja, du brauchst einen Beleber. Ich gebe dir einen Top-Beleber. Komm, nimm einfach. Wir haben es fast geschafft. Dann kommt der Karlberg mit seinem Finale. Ja, also der Karlberg ist schon mal ein großes Ziel zum Let's Play beenden. Nur, dass wir noch eine Million Legis haben. Und ich glaube, ich werde nicht alle Legis machen. Also, weil ich mit dem Wanderlegis weigere ich mich ein bisschen. Weil ich Wanderlegis einfach nicht ausstehen kann. Die sind so ätzend. Cresselia kann ich mir noch vorstellen. In Westbrit vielleicht auch. Aber mal gucken. Karlberg, Vulkanausbrüche. Schön. Oh, Mars. Hey, du. Raus mit der Sprache. Wo ist Meister Cyrus gegangen? Und überhaupt, wo warst du, nachdem du an der Sperrsäule verschwunden bist? Was? Die Zerwelt? Wo Giratina war? Was ist denn das für ein Gewäschelding? Hör mich nicht so hinter das Licht. Was? Du willst dich reden? Dann mach dich, mach dich fertig, bis du deine Meinung freiwillig änderst. Wieso kommt jetzt Mars plötzlich? Nein, ehrlich, was ist jetzt plötzlich los? Und wieso bist du plötzlich so stark? Ja, was? Kann ich kurz wechseln? Das Problem ist, wenn ich jetzt Pongsong... Also wenn ich zu Panferno wechsle, wird es so enden? Ich kann auch zu Reset wechseln. Das müsste gehen. Ein Spukball müsste... Nicht sehr effektiv sein. Normal effektiv. Weil Stahl... Psycho, aber... Mach, was du willst. Warum auch immer jetzt Mars kommt... Ach, Mars. Wie sehr liebe ich dich. Absolut nicht. Das ist plötzlich so ein Kampf kommt, finde ich halt auch wieder sehr... Überraschend. Übrigens, Unheilböen soll ja angeblich die Statuswerte verbessern, wenn man... Wenn man Glück hat. Aber ich hab halt nie Glück. Komm, so werde ich Panferno, komm, mach einfach. Das dauert zu lang. Das dauert viel zu lang. Du überlebst einmal Sondersensor. Komm, jetzt komm, enttäuscht mich nicht, Panferno. So, und jetzt Flammrad. Bei Lichtschild zerstört mir Feuersturm. Und wenn Feuersturm nicht trifft, hab ich auch ein Problem. Also... Golbert als nächstes. Komm, dann machen wir mal Turdy nach vorne. So, Blizzard trifft, bitte, bitte, bitte trifft. Nein, nein, komm, Fußstrahl bitte nicht. Nein, warum? Ja, Turdy. Turdy enttäuscht halt wirklich nur sehr selten. Das finde ich sehr gut. Du, 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 du. So, jetzt kommt... Schnurrgast. Oh ja, Schnurrgast. Ich liebe Schnurrgast. Komm, Panferno, Nahkampf und du gewinnst. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ich hoffe, Jupiter hat keine Lust. Bitte. 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 Seid wie Saturn. Seid wie Saturn und seid lieb. Also, Jupiter, sei wie Saturn, bitte. Was ist denn los mit dir? Hast du es auf mich abgesehen? Ich wollte ja nicht mal gegen dich kämpfen. Ich glaub's nicht. Meine Pokémon haben mich wieder im Stich gelassen. Wo soll ich denn jetzt herausfinden, wo er in Meister Cyrus gegangen ist? Mars, das war ziemlich schwach von dir. Eine Schande. Dass jemand wie du Commander ist, ist mir ja schon regelrecht peinlich. Nun gut, da muss ich jetzt wo ran. Auch ich möchte wissen, was mit Meister Cyrus passiert ist. Okay. Okay. Saturn ist das beste Mitglied, was es gibt. Jupiter mochte ich doch noch kommen, als ob ihr alle einen Bronx-Song besitzt. Ich hab keine Attacken gegen einen Bronx-Song. Warte. Warte. Ich setze mal eine Top-Genesung ein. Auf Panferno. Dann, falls ihr mich töten solltet, setze ich einfach Panferno ein. Und Panferno tötet euch. Weil es mir langsam reicht. Ich kann Bronx-Song langsam nicht mehr sehen. Panferno hält das aus. Komm. Panferno enttäuscht mich nicht. Du bist Level 55. Du bist drei Level drunter. Du müsstest das aushalten. Danke. So, jetzt setzt du Feuersturm ein und triffst. Auch danke. Danke. Also, hätte ich das gewusst, hätte ich Panferno nach vorne gemacht. Aber ich muss ja auch nicht mehr, dass die Bronx-Song haben. Das hab ich ja schon total vergessen. Golbert. Golbert. Mach mal das selbe wie immer. Turdy kommt. Jetzt sitzt Blizzard ein. Blizzard trifft Golbert. Dann wechseln wir zu Knackrak, damit der Bohnenattacken einsetzen kann. Und alles ändert sich. Was weiß ich. Hier, Blizzard trifft. Oh nein, Matchbombe. Ist die Kompfu-Strahltaktik schon vorbei, oder? Ach, deshalb. So, wir haben Team Galaktik jetzt ausgescheint. Ist die Story dann vorbei, oder ist Team Galaktik noch überall auf dem Berg verteilt? Und wie ist es eigentlich nur noch so wenig Mitglieder? Hat der Rest keinen Bock mehr gehabt, oder hat der Rest endlich verstanden, dass Team Galaktik nur ausgenutzt worden ist von Cyrus? Damit, was wir hier haben, sind wir auf dem Weg, oder? Pups mir ins Gesicht. Macht das meinetwegen. Ähm, Erdbeben hier. Level 60. Ich muss respektieren. Das Level ist gut. Aber leider nicht ausreichend, um mich zu besiegen. Ich meine, selbst der Champ war stärker. Selbst der Champ. Ich mache Schaufler weg, würde ich sagen. Das brauche ich nämlich nicht mehr. Erdbeben reicht mir eigentlich. Oh, hör auf, deine Stärke zur Schau zu stellen. Das ist richtig ekelhaft. Du wachst es. Das war's dann wohl. Ich begebe mich auf die Suche nach Meister Cyrus. Wie hieß es gleich? Die Zerrwelt? Da muss ich sozusagen hin, ja? Gut, ich bin fertig mit Team Galaktik. Jupiter kümmere dich darum. Meine Güte, wenn ich jetzt dasselbe tue wie Mars, sehe ich aus wie eine Nachahmerin. Wie unangenehm, aber auch ich kümmere mich nun selbst um die Sache. Ohne Meister Cyrus macht Team Galaktik gar keinen Spaß mehr. Ich hab'n Crush. Hey, du Auslaufmodell. Du hast jetzt das Kommando. Mach mit Team Galaktik, was auch immer du willst. Dann hätten wir das ja geklärt. Jupiter und ich sind jetzt wieder ganz normale Mädchen. Macht doch, was ihr wollt. Bitches. Ein normales Mädchen bist du ja wohl nicht. Was mach' ich denn nun? Soll ich wirklich mit der Suche beginnen? Oh, so ungestürmt und verblendet. Was sehen sie nur in diesem Sarus? Er ist nichts weiter als ein unreifer, alles verkomplizierender Blindgänger. Stellt sich auf den Kopf, um Team Galaktik zusammenzustellen und wofür? Letzten Endes zerstört er sein eigenes Werk für seinen lächerlichen Traum. Dank dieses Töpels stehe ich nun vor diesem Scherbenhaufen. Doch es ist, wie es ist. Wer jung ist, darf doch Träume haben. Ich aber lebe in der Realität. Und hier regiert der Mammon. Duda, mit dir gebe ich mich nicht weiter ab. Das ist schon den anderen Mitgliedern von Team Galaktik übel bekommen. Der Magma-Stein wird unser sein. Alles in Auftrag des Mammons. Okay, die Team Galaktik-Story geht doch weiter. Warum solltet ihr jetzt auch aufhören, natürlich? Gut. Döde. Die Kämpfe machen mich aber schon fertig, muss ich sagen. Also, underleveled sein ist nicht schön. Und dann schauen wir mal nach, was wir alles noch erreichen können. Und dann schauen wir mal nach, was wir alles noch erreichen können.